Ja, aber wir sind gleich alle da unten, wenn dann geht's schneller. Ja, ja. Ich hab ja kei... Ist mir eigentlich egal, wie schnell es geht. Ja, aber es sollte hier nicht schon... Wenn wir da jetzt unten... 5 Stunden... Brauchen, das ist dann kacke. Achso, es kann sein, Nico muss zur Fahrschule. Ja. Es kann sein, dass er währenddessen raus muss. Aber vielleicht kriegen wir's auch hin. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Achso, zeig mir mal das Moneypack. Einfach nach oben laufen. Okay, ich such das mal. Ich werd das schon finden. Ich würde die Fahrschule weiter aufschieben, aber... Ich hab keinen Bock, es weiter aufzuschieben. 900. Alles klar, cool. Cool. Du bist ja respawn, Nico. Bei Speedcola. Weiß nicht, ob ich punchen soll. Ja, das ist ja nicht weit entfernt. Ich weiß auch nicht, aber wenn du zwei Waffen punchst, dürftest du eigentlich keine Moneyprobleme haben. Oh, stimmt eigentlich 900. Außerdem kostet die Money hier... Ja, ja. Kostet nur 900, Alter. Oh Gott. Alter, das sieht alles so nice aus. Komm doch hier einfach rein. Ja, geht's mir, wenn die... Oh, Jungen. Als wir die mehr als das erste Mal gespielt haben, kamen wir gar nicht, klar. Ihr Zombies, damit ihr auch was zum Essen habt. Wer begleitet mich kurz zur Pepe hier vorne? Warte. Ja, ich war da noch bis Ende der Runde. Dann werd ich eh nicht arbeiten müssen. Oh, Alter, wie die von vorne kommen, wenn alle hier sind. Ähm, oh, Jungs, da muss ich hin. Oh, ich geb dir weg, die Rückendeckung. Okay, danke dir. Ja, ja, wir geb die Rückendeckung. Ich hab's nicht mit meinem Stolz, weg mir. Wieder da? Wieder da? Okay. Ja, ich muss kurz ausweichen. So. Oh, Jungs, Alter, warum hab ich nicht letztes Mal schon hier gezockt? Ja, weiß nicht. Äh, der meinte ja, Packer Punch ist viel besser. Ja, hab ich gesagt, war ja auch, war ja auch angenehm. Ich hab mich da richtig wohl gefühlt, Alter. Wie zu Hause? Ja, da hab ich halt nicht gecampt, ne? Da musste ich Trains laufen. Aber das hier ist natürlich viel geiler. Geht grade viel schneller. Nö, hier jetzt grad, ne? Alkosm-Zombies. Alkosm-Zombies find ich das nicht. Ich find das nicht schlimm, Alkosm-Zombies. Manche Karten werden ja auch extra gemacht, wo du ein Last Stand hast. Also, ein Final Stand. Bunker zum Beispiel. Nicht nehmen, nicht nehmen. Genau. Wir können die aber ruhig nehmen, wenn ich mir ne Pipi hole. Nö, egal. Ich fahrt einfach. Klar, dass wir hier keinen Counter haben. Wie viele noch? Dumb bitches. Na komm. Wollen wir gönnen oder nicht? Ja. Nee, komm. Nee, nee. Ja, entscheidet euch, bevor ihr an drauf geht. Ja, ich hör mir kurz neunhundert. Ich hör mir auch, Muni. Für neunhundert. Willst du mich verarschen? Was denn? Man hat einfach Quick-Rewive getrunken, obwohl ich die Pipi kaufen wollte. Was? Laber nicht. Die hessische Mist geholt, du. Laber nicht. Schwöre. Ja, ja, du standst vor dem Quick-Rewive-Automaten, hast dich verteilt. Na. Hundert pro. Willst du mich verarschen? Hältst du mich jetzt total bescheuert? Du hast Quick-Rewive, äh, du hast dir die PPSR an der Wand gekauft und hast Quick-Rewive getrunken. Mhm. Aha. Oh, mach ich selber. Ja, lass doch noch ein bisschen ballern. Bleib da vorne ruhig stehen, du. Jetzt, wenn der mir Lötchen decken wird, naja, mach ich. Baller ruhig nicht. Ich versuche irgendwie meinen Punkt, wir lassen irgendwie erstmal nur Kevin ballern, oder? Ja, ich was, ich hoffe gerade Punkt zu machen. Ich nehme es dazu, jetzt mal bei den Rädern, weil ihr euch müsst euch an die Komitektur, dann schließt auch so. So, dann bleibt noch drei Plätze, Jan, 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 Jan. Jetzt, ja, jetzt ging's mit der Pipi. Mit der Pipi. Kommst du? Komm her. Na, ich würde da nicht genau dastehen bleiben, weil die kommen ja um die Ecke und dann drehen die sofort zu dir und sind genau bei dir und können nicht schlagen. Na, aber ich will eigentlich in die Köpfe heben. Ich hole gleich noch Insta, aber Nico, bist du wieder da? Ich bin über euch, weil ich nicht unten rein konnte, weil es auch zu viel los war. Weil da zu war, bis ich war. Da komm mal. Jetzt kann ich kommen. Oh, da kommen ein paar von der Treppe. Ah, man kann nicht schärbe Treffen, also. Aller, null Tots, außer einer. Boah, was für ein Lappen. Na, wir haben die Märkte schon gezockt, ne? Hier schon, dann, down zu gehen, aber die Map kennt es schon echt feindlich. Nein, Spaß, Nico. Keiner von uns muss das ja eh wieder gut machen. Ja, das ist, weil, weil letztens kam hier die Nuketown-Folge mit Jan und deswegen dachte ich mir so, komm, hier, gleichen wir das aus. Ja, ich freue mich auf den Train. Die Zuschauer können mal ruhig in die Kommentare schreiben, wen sie denn vermuten, wer hier letztes Mal durch ein Einting zum Besturm, das würde mich einfach mal interessieren. Und ich werde es eh keinem sagen, wer es wirklich war. Ich will einfach nur, mal gucken, ob sie, wie sie so schätzen, wie die so schätzen. Ne, ne, ich will einfach mal, bin mal gespannt. Ich will mal gespannt, was sie so glauben. Na, bin mal gespannt. Ich weiß auch, was du denkst. Ich weiß auch, was du denkst. Ich weiß auch, was du denkst. Ja, also mal gucken, ob das richtig einschätzen kann, so. Bin mal gespannt. Das ist guter Abonnenten. Naja, du hast ja gesagt, es hat nur noch einer gelebt und der ist durch den Zombie gestorben, also muss der ja gut gewesen sein, weil nur noch er gelebt hat. Gut, also müssen die erstmal überlegen, wäre es denn hier so gut. Danach, ich hole immer Jungs. Der ist so dumm und stirbt durch einen Zombie. Und, ja. Ich kann da nicht nur auf einen Zutreffen finden. Oh Gott, ja. Ach, man kriegt ja immer nur für die Waffe, die man in der Hand hat. Guck! Oh mein Gott, naja, ich hab's grad gesehen, ne, hier ist der Mann grad durch einen Zombie gestorben. Durch eins schon wieder, Nico? Schon wieder. Ne, Quatsch, schreibt einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Warte, kein Problem. Drei, zwei, eins. Achso, du trinkst gerade was. Na, ich war am Trinken. Haben wir das gehört, was? Verschluck dich. Ja, das war für ekig, ich hätte fast gekostet, aber du warst immer diese Hintergrundschule, ne? War schon wieder an der Grenze, Keller. Ne, ja. Ja, muss mich schon richtig übeln. Das kam nicht schon drauf. Tja. Hey, geil. Alter, wer mich geendet hat, hätte ich gedacht. Ich wünsche, ich hätte hier die... Ich wünsche, ich hätte hier die... ... ...Slikifizierer. Der Slikifizierer. Ja. Slikifizierer. Slikifizierer. Kevin, guck mal, ich bin ein Unfall. Ich hab ein Messer im Kopf. Kevin, guck mal, ich bin ein Unfall. Was bist du? Unverwundbar, Klicker. Ihr habt zuerst verstanden, ich bin ein Unfall. Hä, geh mal weg da, Alter, ist doch kacke. Haben die sich da angesammelt aus? Man, nutzt sowas nicht aus. Echt, Mann. Spinnst du? Aber der Schlitter ist halt gegen die Scheibe. Der Nuke. Ey, der hat ja eine Sonnenkolle auf. Der hat eine Ray-Ban auf. Schade, sein Kopf hab ich weggeballert. Ich hab keine Muni mehr. Kommt gleich. Ey, ich will mal wieder einen sehen mit einer Sonnenbrille. Geh ich als Thumbnail benutzen oder so, gell? Nö, nö. Als Thumbnail benutze ich, wie du durch einen Zombie stirbst. Nein, Quatsch. Hinter uns ist, glaub ich, einer. Ey, wo war der? Ein Crawler! Durch einen Crawler sogar. Das war ja nicht mal ein ganzer Zombie-Kerl. Ach, labern nicht, Alter. Der hat den 5. Der hat sich nicht fix. Ich schütze mich. Acht, Miko. Werner ist nicht fix. Danke. Du, es sollst so ein Ausprobe, dass ich ein Kohlfrau von A-Selter, Jungs, ich hab Schleger bekommen, und dachte, wo du, 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 du. Ich hab den Crawler nicht gesehen. Der durch ein halbes Umgebung sozusagen. Naja, aber nicht. Ich hab den nicht gesehen, kann sie gerne angucken. Ich kann nichts mehr machen, dass du es liebst. Hey, will ich mir den Armee? Nee, guck mir sie sich nicht an, weil sonst ja auch keine Kills mehr. Äh, äh, wir brauchen keine Muni mehr. er selber können wir haben das ist die ist er ich muss sehr sehr schön die Geltungsgutzeichen der TG noch mal die Götter Gott ich glaube jetzt werden auch ich mag es eigentlich ganz easy und müssen nur bei mir mit oder Munition ich bin hier es ist eine aktion hier die Felsen Aktion und ja wie du zuguckst Niko bei der Hoffnung dass mich der letzte da ein quetscht naja ich weiß ja ich weiß es ist nicht gesehen in der Kugel hätten hätte es geschossen alleine aus dem Grund weil du bei anwältst wir sind um die Zürich und der Falle verletzt die ganze Zeit meine Gefühle aber nicht so egal hätte ich gar nicht hätte bist du bleibst immer der Niko OO doch hätte ich etwas ganz besonderes mit meinem Haus ja es war bei mir ne du Arschhund noch mit dem Hund ist es verboten alles denkt daran er ja da ist not fixed also wie geil es aussieht mal nach oben aber wenn der Hund und das sind sie dort und für ein Blitz das ein Blitz wenn ich da nicht da finden und Donutsländer so ein bisschen und ein vor was zu ihr der Törner ist nicht schick und habe ich auch ich werde jetzt noch mehr ausgeben Held gehen muss entgehen noch bevor ich zur Fahrschule gehe wir haben nur noch 20.000 das kann ich ja mal meinen mein Kollegen Pekepunch erklären denn das ist es umrennt nämlich hinterher um den Stuhl mit Sonderhörungen ich hab noch was kann der Stroh was hast du mit deinem Geld gemacht ich hab kein Geld wird immer noch ein Schlag rot du schüchtern so geil man die Pekepunchtarnung können wir nehmen wo ist Double okay ich weiß schon wo es ist da wird ab da hinten wenn man es will oder bei der Bar wo du mich letztens besitzt hast wo ich gar nichts hatte bei der Hunde Runde die Arme ist er will ich denn euch doch gerade auch doch mehr ich werde ich gesehen Mützlür für Stoops 9000 was 9.000 und alter wer die Wicke entgegen und machen bis morgen er ist ein Kind auch so wegen Punkte ja Jungs kommt muss man doch können hier äh Ding kostet nur 1,5 äh Stamina kostet hier nur 1,5 ok hier ist Stamina ich komme mit Stamina also steht 2 an aber dran aber 1,5 kostet es nur 1,5 ja hatte gerade 1700 Punkte hab ich auch 200 haben wir hier mehr Perks als 4 haben keine Ahnung ich hatte noch keine 4 letztes Mal glaube ich auch nicht ne ne ich bringe zum ich bringe zum ich bringe zum es sind alles geht das Geld zusammen mit Rucki Zucki irgendwie um die Hälfte zu ihm einschießen na Rucki Zucki habe ich das Geld zusammen hä wo war der na schon wieder ein Crowler wer wirft denn hier Granaten Jungs ich nicht Alter äh Rucki Zucki hör mal auf Granaten zu werfen Mann äh ich hab keine Granaten gebrochen ich auch nicht wo kam der Crowler denn her hä ah ich dreh gleich durch alter scheiß Dreckscrawler man ja man ein richtiger Dreckscrawler bei Insta kann ich aber werfen meine Fresser alter aber Insta kannst du werfen ok oh meine Güte alter wieder so ein Dreckscrawler ja man sieht den aber auch einfach nicht und dann kriegst du schon deinen ersten Schlag guck mal du kriegst deinen ersten Schlag oder beziehungsweise wenn es ein Doppelschläger ist kriegst du deine ersten zwei Schläge dann fragst du dich woher dann guckst du erst und dann siehst den aber immer noch nicht und dann kriegst du den finalen letzten dritten Schlag weil du ja hier nur 3 Schläge aushältst mit nicht gefixtem Jugger richtig scheiße alter ja 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 er hat die Granate angeworfen ich werde ein Video sehen ja 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 guck im Kino Modus ja 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 ich höre sie würde es dir eigentlich geben ich glaube das wäre dem Wert das dem Wert herauszufinden wer er wegen hat auch ja ich sehe inzwischen alle meine Pops und die Runde geh tschüss oh Kevin hat in einer Runde 20.000 gemacht ja und gibt gleich wieder ganz viel aus wegen nem Crawler den jemand gemacht hat ne du gibst jetzt du kaufst nur Jugger und Doppel ne 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 du kaufst Endgame noch bevor ich geh Kevin naja mach ich doch ja ich geh in 10 Minuten echt so schnell schon ne ne dann haben wir 19.10 ungefähr ne da haben wir 19.00 Uhr und 20.00 Uhr ne ich auch nicht was DG2 schnell ach leck mich scheiß DG2 schnell 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 steh auf oh schieß es wird wir haben ne die die eine die Schrift stopp stopp und ich habe ich Angst hat ich bringe mich aber auch in Situationen jetzt ins Leben die schwarzen ich glaube sich nur wie das ist nicht so ich habe einen Moni geholt Ich... ... genau. Ich glaube der letzte, der lasst ihn mal. Ich geh mal punschen. Ich geh punschen. Ich geh punschen. Ich geh mir ein bisschen was rotes zu bringen sollen. Rot. Mhm, ja. Für ein bisschen. Denn, hier. Alter, hallo. Alter. Wisst ihr noch, wie der Kistenstrahl uns getrollt hat, ey? Alter, Jan, wo bist du? Warum bist du so weit hinter mir? Waren mit Sicherheit 20 Minuten auf der Suche nach dieser scheiß Kiste. Mhm. Deine Waffe hat nen coolen Namen. The Reaper. Verlust verliebt und so. Der sagt, er ist gelöste Ego aller Zeiten. Aber warum ihn? Zwei Runden, dann habe ich das Geld zusammen. Warum nennst du mich Ego? Nee, diese Runde noch, wenn du jetzt noch kein Geld mehr ausgibst. Diese Runde spinnst du? Nee, diese Runde hast du ungefähr 30.000. Ich wollte gerade sagen, du bist zur nächsten Hunde-Runde. Meine DG ist so schwarz. Ach ja, für den Fall der Fälle habe ich jetzt Affen. Oh, cool. Ja, da bist du eh schon tot. Fynn, wo bist du denn hier vorhin runtergefallen? Ich hab dich doch hier vorhin irgendwo bei dem Gitter runterfallen sehen. Ach da! Ich gebe das Sammeln ab. Ah, geil. Ich bin hier aber Fell gelaufen. Oh, die ist geil. Keine Artwerfer. Oh, nee, ich schass noch mal. Ich wollte nur ankündigen, dass ich sie habe. Jetzt habe ich dich angeschossen. Ich schieße mal ein bisschen Muni-Span da in die Köpfe. Also ich versuch's auf jeden Fall. Und bitte keine Crawler, bitte, ja? Jo. Oder guckt auf den Boden. Ich hab die Piss. Wunderwaffe DG3. Tschüss. Ich hab die Piss. Wunderwaffe DG3. Tschüss. Piss. Piss. Ich würde da aber echt nicht stehen bleiben. Weil die kommen sofort um die Ecke und können nicht schlagen. Hier kann ich aber am besten auf die Köpfe ballern. Werft ein Affen? Ah, ja, Affen. Äffchen. Ah, Surprise, motherfucker. Sehr wichtig, dass ich die Köpfe treffe finde. Ja, ja. Weißt du auch, was ich für ein Headshot-Freak hier bei Worlded War bin? Kann ich? Ja. Jo. Mensch, jetzt habe ich noch nicht nachgelernt. Echt nicht? Doch. Doch, 10 Minuten habe ich noch. Ach, mach ich. Und auch 10 Minuten hast du wieder nur 10 Minuten. Hä, nein. Jetzt lass nur Kevin killen. Oh. Aber bei ihm zählen dürfen wir ja. Naja, aber das könnte ja voll viele Punkte machen. Ah, keine mehr. Keine Ahnung. Na, nächste Runde habe ich es. Jo. Alter. Was? Was? Hat ich ja schocken. Ey, das haut hier irgendwie nicht hin mit dem Schatten. Was denn? Finden, guck weiter an. Hier ist der Schatten von dem Stahlträger. Ja. Ja. Aber irgendwie ist der dann hier wieder nicht. Ja, das ist eine magische Platte. Was? Guck mal, ich teleportiere uns umsonst. Du hast den Teleporter kaputt gemacht. Wow. Naja, jetzt darfst du ihn zahlen. Du hast gestern, du hast gestern bei bei Simple Life, gell? Nee. Ich fand die Karte nicht so cool. Hä, wir haben, äh, Simon, Jan und ich sind zu dritt, also gleichzeitig jeden in einen Teleporter gegangen. Rein zufällig, der Teleporter hat drum gepackt. Rein zufällig. Hä, was? Rein zufällig. Rein zufällig. Von einer Millisekunde. Ja, einer Zehn. Ja, nee, jetzt mal so sind die Allemgelsportlinge kommen, in der 100 Sekunden. Hat die ganze Zeit zu Blitz aus dem Ort, wenn die Kraft angekommen, in der Karte, in der Karte, in der Karte, in der Karte. Okay. Ja, das ist das East-Tector. Ne, ich war's. Mö, 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 ich war's. wenn ich muss ja noch zwei Armonie holen Koko Krooskosten 100 was hast du als Zweigwaffe Thompson da kann ich drüber warum sind wir raus keine Ahnung, alle gleichseitig wie die Hühner BAKAK BAKAK Wer war das jetzt? Dann warst du es immer Was? Ich war es immer? Na Jungs, hier so runter habe ich das Geld zusammen Alles klar 31.000 Das ist gut geschätzt Bei Black Ops 2 würden wir jetzt sterben Nein, bei Black Ops generell Bei Black Ops würden wir jetzt sterben Das ist doch kein Thema Wenn das Crawler werden Nur um noch eine Granate hinterher geschossen Zu sicher dass kein Crawler entsteht Sind es welche? Nein Ne, ne ne sind keine Einfach zur Sicherheit Damit keine entstehen habe ich hinterher geschossen Oh du drückst bitte sofort Na ja mach ich auch Nicht dass wir hier noch fallen oder Ja weiß es ja Wir haben ja den Es kann alles passieren Ja ja, wir haben Ja wollte ich ganz sagen Ja das Oh, Hundespawn jetzt Oh Gott, wir füllen Nico stirbt wieder durch Einwunden Nico ist überhaupt nicht da oder? Ja das ist die Frage Ja das ist die Frage Ne ich gucke mich ganz auf die Uhr Damit ich mich zufrieden komme Der hat mich angeschrieben Ja wann musst du denn da sein? Da ist ein Hund Töte den Vor Eier legt Bei mir war Fahrschule noch freiwillig Nico wann musst du denn da sein? Also ich konnte kommen wenn ich wollte Also nicht urzeitmäßig kommen wenn ich wollte Sondern den Tag konnte ich mir selber aussuchen Ja bei uns ist halt nur Dienstag wochen hier Nur einmal die Woche Ja das ist die Vorschriffe Drei Löcher sozusagen Drei Löcher Drei Löcher Drei Löcher Drei Mal Cup Auf jeden Fall Ja jeden Tag waren es Drei Mal halt insgesamt Ja das war's Er hat sie gleich Er hat sie gleich Die Punkte gleich Er hat sie gleich Er hat sie gleich Mitarbeiter In der Hoffnung dass er nicht auf mich geht Der ist die Weeper sind Ich bin Ich bin Ich bin Bis zu Young Der liebbar Der liebbar ist Heiß und Punkte Ich habe nur Kevin getroffen Ja ich du auch Allah Du stirb Musmoni hohen Werf Waffen Du 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 du